Na Wuttke? Moinsen! Hallo Lukas! Kommen Sie rein! Mach schon wieder Storys! So, geht das? So passiert nichts? Sag mal was, Telingose, bist du hochkonzentriert? Ja, bin ich. Konzentriert und mutiliert. Geht nicht! Das ist Kutter, Büro, Backofen, Verteiler, keine Bucke? Nein. Und ich bin in den alten Schutzkänzern, den Herr Throno, präsentiert. Moins, aufkommen! Vielleicht, was ich schon darstellen soll, ich komme gleich hier nur rein. Weil sonst, glaube ich, hier die ganze Zeit hinterher. Ja. Das ist immer eigentlich die Karten machen, oder? Ja, okay. Und dann, um die Arzt zu kommen. Es geht nicht. Es geht nicht. Der Grund, wie wir Arzt überweisen, wird zu vermeiden. Ja.